Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von einer neuen Adventure Map. Ich habe diese Map auf YouTube gefunden. Sie ist von SupportLP gemacht worden, die ich jetzt leider nicht persönlich kenne. Aber seine Adventure Map soll nicht schlecht sein. So, hier steht, willkommen, folge nur den Fackeln. Ja, und ich bin hier, der hier aufnimmt, okay? Ich bin nicht sehr gesprächig. Ja, das läuft direkt hier los. Einfach den Fackeln voll und steht da ja. Ich schätze mal, man sollte auch, ne? Was? 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 Ich höre da schon was? Ich höre pistens. Ja. Schau nach rechts. Ihr wollt, es ist so. Es wird richtig schwer. Oh. Juhu, du bist angekommen. Regeln. Erstens, du darfst nicht abbauen. Ja. Zweitens, Rennen ist erlaubt. Gut. Und drittens, weitere Regeln gibt es im Tempel. Viel Spaß. Den werden wir, glaube ich, haben. Ich, äh, denke, diese Map sagt sehr viel über sich selbst schon aus. Und der Tempel vor allem schon. Ah, Eisentor. Ja, wir kommen nicht zurück, oder? Also. Viel Glück bei den Ausgangsuchen. Hier ist nichts. Gutes Deutsch. Aua. Was soll das? High five. High five. Äh, hier ist auch nichts. Dann müssen wir wohl da lang. Ähm, das ist ein Labyrinth. Ich hasse Labyrinthe. Ja, wir sollten lieber zu zweit gehen, weil sonst verlieren wir uns hier. Oh ja. Ich komme mal wieder zurück. Scheiße. Wir haben uns auch, ah, da. Ähm, da sieht es sehr verdächtig aus, dass es hier nicht weitergeht. Oh, doch, 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 warte mal, wir müssen, glaube ich, durch die Spinnnetze laufen. Wo bist du denn hin? Runter. Ah. Nö, 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 nö. Ähm, scheiße. Was sollen wir da durchkommen? Komm durch die Spinnnetze runter. Warte, ich bin jetzt mal meinen. Ich glaube, ob ich schaffe hier durchzukommen. Moment. Gucken Sie mal, wie der da hängt, Leute. Hier ist nichts. Guck mal da. Doch, hier geht's auch weiter. Oh. Überhaupt nicht schwer. Ein simples Jump'n'Run. Aua. Ah, Schmerz. Warte doch auf mich. Hallo. Hallo. Oh, ich hab Schmerzen, ich bin. Oh, laufend. Hilfe. Ja. 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 Scheiße, jetzt bin ich reingefallen. Ja, ich auch. Ja. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja. Ja. jetzt da ist du lächst wieder ich hatte mir leid ich trauste der Matisse aber und haben mein Insel ist nicht das Beste es tut mir leid wenn ich ein bisschen lecker aber aufsache der Server lecklich bis jetzt hat alles funktioniert also du höchstisch Graz so an als ob du so eine Ente wärst die so frischig schnell redet und hier geht es ein Schalter hier geht so ein Hallo nein Fallschluss du da ich habe mich an bestimmt ein wie das weiter auf drogen das Klo er noch das solltest du ja auch mal holen und ich brauch so was nicht ich mach das ganz einfach hier guck hier ich verliere zwar ein paar Herzchen aber Pfff oh man sieht das elegant aus muss schon sagen nicht schlecht hier liegen Pfeile wo du gestorben bist ja das ist meine Pfeile sind meine Pfeile tut mir leid die sind denn da wohl das hast du noch auf die rausgezogen Scheiße nein ah scheiße und man lebst noch ja ich verliere ah nein 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 ich sterbe nicht nein bitte nicht nein nein scheitert ja und scheitern er sehen ihr seht wie es schwer wie schwer es ist hier auch da hat die Möcke so schwer ist das ist Schatten dann ist einfacher und du ja ja ah hab den richtigen Weg gefunden nein 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 ich tue jetzt mal so filmen mit man sieht wie elegant ist er durchgehen kann durch die Spinnnetze wenn er mich schiebt ich bin ich schneller au au er hat mich gar nicht getroffen der hat mich getroffen Scheiße sieht man sich muss doch lieber wieder so machen hier viel Spaß mit den Pfeilen sie treffen mich gar nicht die Fälle Loli bleiben die Spalte die man die ITEMs wegschmeißt bleiben in den Netzen hängen hast gesehen das ist nur weil ich so und wie ich bin sechs Weile hab's gleich geschafft und jedes Mal falsch beim Gottverdammten letzten vorletzten rein und jetzt geschafft ohr hast du es geschafft ja jetzt muss ich nur noch es schaffen oh nein danach kommt was richtig asozial ist was dann Feuer noch nie ohr schaffst du alter hier das Loch muss so ein mit dem Pfeil ich versuche mich schon mal am Feuer nein 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 ja okay so schlimm ist das Feuer nicht in den Regeln steht nicht dass man das Feuer nicht ausschlagen darf ich mache es geht sogar voll dreist ich bin einfach ich hab's ich hab's auch ohne Oli jetzt kommt Jump'n'Run Oli Junge aber wenn man hier fällt hat man gleich verschießen können die kein Bett aufbauen Alter bleibt mal kurz da bei mir leckt's grad ein bisschen ojo man kommt nur nicht mal zurück ja einfach hier eiskalt kein Bock mehr auf die Scheiße nein nein hier ist ein Checkpoint wo ich bin sehr kleine Troll nein komisch war zu dir geschafft oder wegen Diamant Rüstung zwei Stück ist eine für dich ja hol mich mal zu dir weil ich hab keinen Bock die Scheiße noch mal dazu machen ja okay man kann keine Kürze benutzen ich muss den ganzen Namen ausschreiben dann schreib den Namen aus kennt als user ich vertipp mich die ganze Zeit so jetzt habe ich es hier in der Kiste sind Diamant Rüstung Trauer trauen wir uns na klar ähm ich würde sagen wo bist du jetzt hin ich bin da durchgesprungen durch die Lava die da ist einfach durch die Lava ist da unten Wasser gut ähm ich würde sagen wir machen hier einen Cut das war der erste Part ja ich hoffe es hat euch gefallen und bis dann dann ich würde sagen Vielen Dank.